Hallo ihr Lieben, ich freue mich riesig. Mich hat nämlich nach langer Zeit nochmal ein Päckchen von Baukhofmühle erreicht mit ganz vielen Produkten. Ich muss zwar gestehen, durch meine Arbeit, Vollzeit, Reisebüro, Januar, Hauptbuchungszeit, mein Haushalt geht komplett flöten im Moment. Es ist furchtbar stressig und ich habe nicht wirklich viel Zeit für Großbacken und Kochen. Aber die Backmischungen von Baukhof, die sind teilweise so praktisch, dass man da wirklich, ja, dass die ruckzuck gemacht sind. Ich zeige euch da nämlich jetzt mal, was mich erreicht hat. Und zwar haben wir hier als erstes einmal Wunderbrot in Schoko. Das sieht so unfassbar lecker aus. Das ist auch glutenfrei und vegan, passend zum Veganuary. Und das Praktische ist, man muss da wirklich nicht viel machen. Das ist rucki, zucki zubereitet. Und die werde ich auf jeden Fall mal testen. Dann ist hier leider Müsli offen, ausgelaufen leicht. Das ist zarte Hafermüsli mit Zartblattflocken und Fruchtkomposition. Das sieht super lecker aus. Und ihr findet auch auf der Baukhofseite, so wie jetzt hier auf der Verpackung, auch einen Rezept-Tipp für Energy-Kugeln. Dann habe ich einmal Dinkel-Kaiserschmarrn. Da freue ich mich auch riesig drüber. Ich liebe Kaiserschmarrn. Ich liebe auch Rosinen. Für alle, die Rosinen nicht mögen. Hier sind Sultaninen drin. Aber, wie gesagt, das Produkt hier ist auch nochmal vegan. Dann habe ich mir noch die Dinkel Pfannkuchen ungesüßt ausgesucht. So wie Semmelbrösel-Dinkel. Da werde ich auf jeden Fall... Ich wollte auch mal so vegane Mozzarella machen mit den vegan-leckeren Mozzalinas und dann den Semmelbröseln. Eine meiner Lieblingsbackmischungen von Baukhof sind die Apple Crumble Muffins. Die habe ich jetzt schon zweimal ausprobiert und die sind so unfassbar lecker. Glutenfrei und vegan. Dann habe ich mir noch einen Pizzateig Dinkel ausgesucht. Eine Bäckerboot-Bauernkruste-Backmischung. Die ist auch ganz neu, ebenfalls auch vegan. Mehl aus Vollkorn. Nochmal ein Rucki-Zucki-Wunderbrot-Backmischung Hafer. Voller Hafergenuss. Auch wieder ganz neu, glutenfrei und vegan und fix zubereitet. Dann noch Apfelmark. Und zu guter Letzt Apfel-Mangomark. Also es gibt so viele tolle Produkte von Baukhof. Schaut unbedingt mal im Shop vorbei. Ich werde mir einige Rezepte überlegen und mit euch teilen. Und freue mich.